Hallo, servus bei Monaco Deluxe. Schön, dass du wieder draufgeklickt hast. Heute sind wir bei der Monaco Deluxe Release Party Nummer 2. Ihr wisst, beim letzten Mal im Mai war es die Nummer 1 und es ist die zweite Ausgabe unseres Printmagazins. Heute fahren wir mit ein paar Promis und Janett Graf, unsere Starbloggerin, wird sie für euch auf dem roten Teppich interviewen. Wir sind hier auf der Monaco Release Party im Arloft Hotel und neben mir steht Nico Schwanz. Nico, hast du das Magazin heute schon in den Händen gehabt? Ja, nicht nur heute, sondern gestern auch schon. Also das definitiv und ich muss sagen, das ist eines der besten Magazine, Hochglanz-Magazine, die ich sehr, sehr mag. Warum magst du das Magazin zu gerne? Weil einfach Lifestyle drin ist, weil gut aussehende Menschen drin sind und weil ich die Veranstalter, kann ich ja nicht sagen, die Verleger, liebe. Und man muss auch sagen, du persönlich bist ja auch drin im Magazin. Persönlich bin ich auch drin. Das habe ich leicht überblättert, weil ich mache nicht Eigenwerbung. Also wer das sehen möchte, holt euch das Magazin. Das macht ihn noch sympathischer. Du sag mal, wie sieht es aus mit YouTube? Kennst du dich da ein bisschen aus? Oh mein Gott, also total überhaupt gar nicht. YouTube ist ja eigentlich total im Kommen. Man kann Geld verdienen. Ich bin eigentlich so der Medienspezialist eher auf der blöden Seite. Mich gibt es auf Facebook seit 2012. Mich gibt es bei Instagram, glaube ich, seit vorigem Jahr. Und ich mache kein Snapchat und kein Twitter oder sowas, weil ich bin einfach zu alt dafür. Old school. Ja, und wer mich mag, guckt dann da drauf und dann ist gut. Das heißt, du weißt dann wahrscheinlich auch gar nicht, wer der berühmteste Münchner YouTuber ist und der bekannteste und erfolgreichste. Ja, klar, das ist Markus Mensch. Genau. Das weiß ich natürlich. Also das ist klar. Da brauche ich nicht gucken. Ja, siehst du mal. Das weiß ja, das Wichtigste, weiß ja, Nico. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke dir auch. Neben mir steht Manu Dubowski. Wir sind hier bei der Monaco Deluxe Release Party. Hast du denn eigentlich schon einen kurzen Blick in das Magazin werfen können, Manu? Ja, natürlich. Online schon und jetzt heute als Print. Ich bin ja immer noch ein bisschen old-fashioned und finde immer noch das schön, wenn ich was in der Hand habe und aufschlagen kann und nicht immer so wischen muss, sondern einfach wirklich die Seiten in der Hand haben. Das ist nochmal ein old-school-Gefühl, aber ein schönes Gefühl, mal was in der Hand zu halten. So wie du sagst, das ist, ja, genau. Es ist immer schön, was in der Hand zu halten. Genau. Vor allem, weil Printmagazine werden jetzt, es werden immer weniger in der heutigen Zeit. Alles ist nur noch online. Von daher sind wir besonders stolz drauf, dass wir das heute hier launchen können. Die zweite Ausgabe von Monaco Deluxe. Wusstest du, dass Markus Mensch der bekannteste YouTuber und der erfolgreichste YouTuber Münchens ist? Ich hatte es gelesen, weil ich ja auch auf Facebook bin. Das finde ich großartig natürlich, weil, ich muss ja ganz ehrlich sagen, da sind wir jetzt auch wieder bei Print oder in der Hand haben oder online und so weiter. Das ist mir noch ein bisschen fremd mit den ganzen Bloggern und YouTubern und so weiter, aber das ist einfach die neue, oh Gott, jetzt kommt mir sehr alt vor, aber das ist einfach das neue Medium. Also, es ist interessant, ich sehe das auch in meiner Tochter. Wie gesagt, ich bin immer noch so, ich habe gerne ein Cover in der Hand, ob es jetzt DVD ist, also Filme würde ich nicht runterladen, sondern ich will sie immer kaufen. Und so ist es auch bei Ausgaben, weil teilweise sind die Cover so schön, dass es eigentlich fast wie ein Poster ist und man kann die immer wunderbar dekorieren, auch in der Wohnung. Das heißt, du schaust auch keine Tutorials an? Tutorials? Ich sage jetzt mal nein. Nee. Und deine Tochter? Wahrscheinlich schon, diese Tutorials. Du weißt, was ein Tutorial ist? Natürlich, natürlich, aber wir dürfen nicht drüber reden, weil es geht um die nationale Sicherheit, deswegen darf ich dir diese Frage nicht beantworten. Alles klar, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und vielen Dank für das Gespräch. In mir steht Michaela Schäfer und die ist heute extra aus Österreich für Monaco Deluxe angereist. Hast du denn schon einen Blick in das Magazin schauen dürfen? Leider jetzt noch gar nicht. Ich habe es mir natürlich online angeschaut, aber hier vor Ort noch gar nicht, weil man hat ja mal so viel zu tun mit Fotos machen, erstmal alle Leute zu begrüßen, weil man kennt ja hier auch so viele. Es ist total schön wie so eine kleine Familie. Aber ich werde es auf jeden Fall natürlich noch später reinziehen. Es ist immer eine Bettlektüre. Was hast du denn in Österreich gemacht? Mein Freund wohnt in Österreich und ich versuche ihn immer ab und zu auch mal zu sehen. Das ist in meinem Job sehr, sehr schwierig. Wir sehen uns nur alle zwei, drei Wochen. Und ja, jetzt bin ich mal zu ihm gefahren und dachte mir, ach Mensch, München ist nicht weit. Da bin ich mit meinem Freund einfach hergekommen. Vor allem liegt das ja auf dem Weg, ne? Zurück nach Berlin wahrscheinlich, oder München? Ja, also ich fahre dann ganz brav mit dem ICE zurück nach Berlin. Fünf, sechs Stunden. Aber mir macht das nichts aus. Kennst du dich denn mit YouTube ein bisschen aus? Also ich habe einen eigenen YouTube-Channel, aber ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, ich bin da echt richtig versiert drin. Also, ne, eigentlich nicht so gut. Dann weißt du auch nicht, wer der berühmteste oder bekannteste YouTuber Münchens ist? Na ja, gut, das weiß ich natürlich. Ist der Markus Mensch? Ja! Das weiß ich! Super, genau das wollte ich hören. Und bist du jemand, der sich Tutorials anschaut von anderen YouTubern? Also ich bin ganz ehrlich, ich bin gar nicht so auf YouTube. Also ich bin vielleicht auch, ich sage mal so in Anführungsstrichen, ein bisschen zu alt. Also ich merke immer so diese ganzen YouTube-Fans, die auch da immer stehen. Die sind alle so 12, 13, 14, ne? Die sind immer jünger. Ja, und ich bin da gar nicht so jemand. Ich bin echt so von der alten Schule, schaue auch mal einen Fernseher noch, ne? Ich mache den auch noch mal an. Du streamst ja keinen Film aus dem Internet. Nein, das mache ich nicht, nein. Ich bin echt noch so mit Videothek, ich gehe da hin und so und gehe sogar noch einen Zeitschriftenladen und hole mir Zeitungen, ja? Deswegen kannst du dir auch heute das Print-Magazin mitnehmen. Das ist doch toll! Das ist super. Ich habe gerne was in der Hand. Das mag ich einfach. Also vielen Dank für das Interview, Michaela. Schön, dass du bei uns in München bist. Eine schöne Zeit hier auf der Party. Danke. Neben mir steht Daniela Bukowitsch, Moderatorin und Schauspielerin. Herzlich willkommen hier auf der Monaco Release Party. Hast du denn schon einen Blick in das tolle neue Magazin werfen können? Ich muss gestehen, ich konnte mir bis jetzt nur das Titel, das Cover anschauen, aber ich war davon schon sehr beeindruckt. Ich freue mich schon drauf, aber ich kenne natürlich Monaco Deluxe von online und bin sehr beeindruckt, wie das läuft. Und was mir ganz besonders gefällt, ist der YouTube-Channel. Wusstest du denn, dass Markus Mensch der bekannteste und erfolgreichste YouTuber Münchens ist? Nein, das wusste ich nicht. Cool, oder? Bitte? Cool, oder? Mega. Absolut. Du hast YouTube angesprochen. Bist du denn aktiv unterwegs auf YouTube? Ja, ich moderiere gerade zwei YouTube-Channel, beziehungsweise es sind Web-TV-Channel von zwei Firmen. Das eine ist die Trendset-TV, das andere ist die Gemeinde Ismaningen. Und da kann man dann immer im Endeffekt die Videos sehen auf YouTube, weil darüber wird das Web-TV gestreamt sozusagen. Das macht wahnsinnig viel Spaß. Dann sage ich herzlichen Dank und viel Spaß hier noch auf der Release-Party. Danke. Neben mir steht Maren Gilser, die extra aus Berlin eingeflogen ist für die Monaco Release-Party. Hast du denn schon einen Blick in das Magazin werfen können, liebe Maren? Ja, ich habe ein paar sehr schöne Modefotos gesehen. Also es gibt hier scheinbar in München doch ein paar interessante Geschäfte und ein paar interessante Designer. Und die Fotos sind toll gemacht. Also die Modestrecke hast du dir schon mal angeguckt. Die Stylistin war übrigens ich. Oh, super. Hat sie toll gemacht. Und vor allen Dingen, sie selber beweist ja auch, dass sie wirklich guten Geschmack hat, denn dieses Kleid ist einfach der Hammer. Ich danke dir. Ein Kompliment von so einer tollen Frau hört man sehr gerne. Danke, liebe Maren. Maren, wusstest du, dass Markus Mensch der bekannteste und erfolgreichste YouTuber Münchens ist? Das hat er mir vorhin erzählt. Und da könnte ich natürlich eine Menge von lernen, weil ich ja auch einen eigenen YouTube-Kanal habe. Aber ich bin ein bisschen faul. Ich habe jetzt, glaube ich, seit einem halben Jahr nichts mehr gepostet, weil ich so viele andere Dinge um die Ohren hatte. Und ich muss mal wieder meine Filmchen zusammennehmen und schneiden und mal wieder einen schönen Film ins Netz stellen. Aber es ist, wie du auch sagst, es ist Arbeit. Ja, es macht richtig viel Arbeit und man muss es können. Und wenn man es selber schneidet, dann dauert es einfach eine Zeit lang. Ich habe das früher schneiden lassen und die Leute nehmen dafür richtig viel Geld. Und deswegen habe ich es dann irgendwann mal selber gemacht. Aber wie gesagt, wenn man auch noch andere Dinge im Leben vorhat, dann ist es doch viel zu tun. Auf jeden Fall. Schaust du dir denn auch mal ein Tutorial an von jemandem auf YouTube? Keine Ahnung, Make-up oder mache ich mir einen Dutt oder eine Wiesenfrisur? Gibt es da was, was dich interessiert? Eigentlich nicht. Eigentlich mache ich selber so viele Dinge, dass ich da die Ratschläge nicht so brauche. Selbst ich lese mir nicht mal Kochrezepte durch, weil ich sehr viel experimentiere. Und es liegt wahrscheinlich an meiner Generation. Wir sind irgendwie noch so Autodidakten und machen immer alles ohne Frage von fremder Hilfe. Ohne Google. Ja, genau. Herzlichen Dank für das Interview und noch eine schöne Release-Party wünsche ich dir. Viel Spaß in München. Neben mir steht Florian Weste, extra aus Wien, heute für die Party angereist ist. Lieber Florian, hast du denn schon einen Blick in das Magazin werfen können? Das Magazin habe ich mir angeschaut. Erstens habe ich mir das Cover aufgefallen mit dem sexy Mädel drauf. Die ist auch heute hier das Model. Ich habe den Namen leider nicht mehr im Kopf. Johanna. Johanna, ja. Sehr, sehr nett. Und der Fotograf war auch dabei. Also gefällt mir sehr gut. Und innen drin ist es schön aufgebaut, schön handlich, nicht so groß, nicht so schwer. Gefällt mir. High class. Stehst du denn auf Print-Magazine? Weil viele sagen, online reicht ja eigentlich. Oder hast du gerne auch mal ein Magazin zum Blättern in der Hand? Ich schaue sehr gerne online, aber ich schaue auch gerne sehr Magazine, weil alles schon im Geruch. Das ist für mich hochwertig, wenn ich so schön neu rieche und was da alles drin ist. Ich finde es sehr gut. Auch das Magazin ist gut gemacht. Perfekte Werbung, perfekte Berichte. Das gefällt mir echt gut. Das ist aber ein tolles Feedback. Das wird Markus freuen. Wie sieht es aus mit YouTube? Bist du auf YouTube unterwegs? Also ich lade meine Sachen YouTube hoch, aber ich bin nicht so high class in YouTube wie der Markus. Du bist ja der Top-Münchner-YouTuber. Finde ich super. Das wollte ich dich fragen. Ja, ich habe den Kanal natürlich angeschaut. Es ist eine Ehre für mich hier zu sein. Er ist auch ziemlich stylisch. Er hat einen schönen Anzug an, Gucci-Schuhe, gefällt mir eh. Und ja, macht er top. Wobei du auch sehr stylisch bist. Deine Schuhe finde ich total genial zu dem Style. Heute ohne Hemd. Siehst sehr gut aus. Sehr gut. Ich bin ja hier wie bei dir. Was muss, das muss, gell? Wir ergänzen uns. Meine letzte Frage. München. Magst du München? Was kennst du in München? Oktoberfest. Erzähl uns was zu München. Oktoberfest kenne ich in München. Ich kenne die Münchner Kultur. Ich kenne das Bayerische. Und München ist natürlich eine Stadt von Glamour. Viele Promis, VIPs. Hier wird noch wert, dass es auch dieses Sahelettel gibt, was es in Köln leider nicht gibt. Bist du ursprünglich aus Köln? Ich habe früher in Köln gelebt. Jetzt lebe ich an Wien. Und Wien ist auch so ein bisschen vergleichbar mit München. Also sehr edel. Gebiet. Grüß Gott. Das gefällt mir mehr. Vielen Dank für das Gespräch und eine gute Rückfahrt. Danke, lieber. Neben mir steht ein sehr berühmter YouTuber, der Pat Schoko. Herzlich willkommen in München auf der Monaco Release Party. Ja, ich finde es sehr geil, dass ich hier sein kann. Danke. Wir sind ja hier auf der Monaco Deluxe Release Party. Das Online-Magazin gab es ja schon länger und die Print-Version jetzt schon zum zweiten Mal. Hast du einen Blick reinwerfen können? Ich habe mich bisher nur ganz grob überflogen, weil ich das kurz für ein Bild für Instagram gebraucht habe. Aber ich bin ja noch ein bisschen hier. Und dementsprechend werde ich da mal genauer reingucken auf jeden Fall. Was ist mit Markus Mensch? Das ist natürlich der entscheidende YouTuber. Das ist der wichtigste YouTuber auf jeden Fall. Man muss ja immer wieder, der hat ja mehrere Kanäle. Also einmal zum Beispiel Monaco Deluxe und auch nur meinen eigenen Kanal, was man unbedingt auschecken sollte. Und er ist vor allem auch der netteste YouTuber, den ich kenne, weil er mich zum Beispiel immer wieder auf solche Veranstaltungen einlädt. Wie hier oder die Secret Fashion Show. Wie gefällt es dir auf den Veranstaltungen, auf Secret Fashion Show? Warst du da am Freitag? Diesem Freitag leider nicht. Bei der letzten Secret Fashion Show davor war ich da. Hat mir aber sehr gefallen, weil ich fand es sehr überraschend. Bin ja sonst eigentlich nicht der YouTuber, der für Fashion bekannt ist. Aber es hat mir sehr gefallen und ich habe mich dafür halt super begeistern lassen. Und deswegen ist es halt ein geiles Projekt und ich glaube, genau deswegen hat es auch mit der Zeit immer mehr Erfolg. Und es ist toll, dass du so offen bist und dich jetzt auch für Mode interessierst. Du, man muss für alles offen sein, weil nur sogar man immer coole Sachen entdeckt. Neben mir steht der Max, ein YouTuber. Herzlich willkommen auf der Monaco Deluxe Release Party. Hi, ich freue mich sehr hier zu sein. Hast du denn schon einen Blick in das Magazin werfen können, lieber Max? Ja, ich habe mir vorhin schon so die einzelnen Exemplare angeguckt und habe schon reingeguckt, ja. Bist du denn, du bist ja online viel unterwegs als YouTuber sowieso. Genau. Hältst du denn trotzdem gerne mal eine Printausgabe von einem Magazin in der Hand oder bist du jemand, der sich eigentlich eher online informiert? Also grundsätzlich eher online auch. Ich bin einfach ein Online-Mensch. Aber so die einzelnen Interviews oder die einzelnen Magazine ist auch schön, einfach im Regal liegen zu haben. Als Dekoration. Und gerade das sieht halt wirklich wunderschön aus. Also deswegen einfach manchmal auch nur als Deko, ohne viel drin gelesen zu haben. Aber ab und zu blättert man halt doch mal doof. Oldschool. Ja. Ja, das hat was. Hat was. Vielen Dank. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Danke. Viel Spaß hier auf der Party. Dir auch. Neben mir steht der Benjamin Binek. Benjamin, ich liebe es, dass du beim Frühstücksfernsehen bist. Und ich hänge an deinen Lippen. Toller Job. Dankeschön. Heute bist du ja privat hier bei Monaco Deluxe auf der Release Party von dem Magazin. Wie ist es denn auf der anderen Seite zu stehen, wenn man dann mal selbst interviewt wird? Ja, es ist immer komisch. Also ich mag das ehrlich gesagt nicht so gerne. Wirklich? Ja, ich gucke mir das lieber an von der anderen Seite und gucke mir, was die Mädels und Jungs da alles auf dem roten Teppich machen. Aber ich bin nicht so der rote Teppich-Typ, glaube ich. Ich bin eher der Beobachter. Ehrlich? Ja, ja. Verbotenständig? Ja, also es ist ja auch mein Beruf zu beobachten eher als irgendwie vor Fotoapparaten irgendwelche Grimassen zu schneiden oder über die Schulter zu gucken oder sonst irgendwas zu veranstalten. Brauche ich nicht. Das glaubst du nicht. Das macht dich sehr sympathisch. Du, sag mal, bist du dann auch auf YouTube unterwegs? Ehrlich? Also ich gucke mir das schon an auf YouTube, aber ich habe jetzt keinen eigenen Channel oder so. Aber ich gucke mir die schon an. Natürlich, wir arbeiten ja auch mit denen. Wir arbeiten ja auch noch für eine Redaktion und machen so ganz normale Reporter-Sachen. Und da muss man natürlich schon wissen, wer da viel zu sagen hat und wer weniger Follower hat und was gerade in ist und so. Recherche. Ja, genau. Also ich gucke mir die ganzen Leute schon an, weil es natürlich für uns auch wichtig ist, zu wissen, was die Leute interessiert. Also YouTube ist natürlich auch schon so ein bisschen dieses, wo du einfach weißt, was die jungen, ganz jungen Leute einfach gut finden. Wenn du jemanden hast, der zwei Millionen Follower oder eine Million Follower auf YouTube hat, dann guckst du den halt an, weil der offensichtlich eine riesige Zielgruppe anspricht. Und das musst du natürlich wissen. Und diejenigen werden früher oder später berühmt, ne? Im Zweifel schon, ja. Das ist nicht ganz doof anstellen. Also ich finde das wirklich, also ich glaube, das ist echt schwierig, da irgendwie Fuß zu fassen, weil es gibt momentan, also am Anfang war es relativ einfach, aber mittlerweile ist es so schwer, da irgendwie Fuß zu fassen, weil es einfach so wahnsinnig viel gibt. Es gibt ja wirklich für jedes Pläsirchen, gibt es irgendeinen YouTube-Channel, den man anklicken kann, dann muss man, um da rauszustechen. Das ist, glaube ich, echt eine harte Nummer. Schaust du denn privat nochmal ein Tutorial an? Keine Ahnung, neue Frisur, Rezept, ein Tutorial eben? Nee. Okay, nicht die Zielgruppe. Ich glaube, ich bin zu alt dafür. Nein, also ich gucke mir das natürlich beruflich an und gucke mir an, was die da machen und warum, weil ich das, ich finde das so ein Phänomen. Du willst es verstehen? Ja, ich möchte, genau. Ich möchte einfach verstehen, warum die das, warum die jungen Leute, also unsere Zuschauer auch bei ProSieben, bei Sat.1, warum die die so toll finden. Und deshalb gucke ich mir das an und überlege mir halt, okay, was macht den jetzt so bekannt und den vielleicht einfach nicht so. Deshalb gucke ich mir das beruflich an. Privat, also wenn ich mir jetzt, also ich brauche mir jetzt keine Frisurenflechten oder so, also diese Gesichter sind jetzt bei mir nicht so wichtig. Von daher, nee, also privat gucke ich mir keine YouTube-Channel. Wunderbar, dann sage ich herzlichen Dank. Eine schöne Party noch. Dankeschön. Schön, dass du hier bist bei uns. Das war wieder eine Folge von Monaco Deluxe. Schön, dass du mit dabei warst und du weißt wie immer, Daumen hoch, wenn es dir gefallen hat oder noch viel, viel besser hier draufklicken und den Channel abonnieren, dann verpasst du keine weitere Folge mehr. Und wir sehen uns wieder auf Monaco Deluxe.